Moin moin zu einer weiteren Folge Landersohn mit Story. Ja, Folge 84 sind wir mittlerweile schon. Ja, ich habe die V3 schon ein bisschen angeguckt in meinen Livestreamer von den Mebber selbst. Da bin ich jetzt auch auf dem Discord und überall drauf. Und habe die mir mal ein bisschen angeschaut. Mein Team und ich haben auch schon ein bisschen zugeschaut bei ihnen und angeguckt. Wir würden die V3 wahrscheinlich schon gerne spielen. Aber ob ihr da Bock drauf habt, das müsst ihr entscheiden. Schreibt es mal in die Kommentare, ob wir V3 spielen. Ja, was steht heute in der Landersohn-Folge an? In der Landersohn-Folge steht das Grasmähen an von den 3 Wiesen, die wir beim Heuschnitt nicht gemäht haben. Die mähen wir jetzt ab. Machen wir eine Grasalage wahrscheinlich von. Und das machen wir mit unserem 612er. Als kleine Information für euch. Das Video kommt ja Samstags um 10 Uhr raus. Der Samstags-Livestream wird auf Twitch ausfallen, hieß man. Und Sonntag werde ich aber dann wieder live für euch sein. Und ja, wahrscheinlich dann weiter mähen oder was dann auch immer anschlägt. Wahrscheinlich Schwader mähen. Muss ich mal schauen, wie weit ich heute komme. Und ja, das ist so der Plan. Ja, Tiere geht soweit gut. Der MB-Trag ist zur Zeit in der Werkstatt. Also Wartungsarbeiten und warten halt darauf, ob es wieder ein 1800er wird. Wir haben ihn so gesehen verkauft, ob es wieder ein 1800er wird. Aufgedreht mit 245 PS oder einfach nur vielleicht ein 1600er im Mittag oder so. Müssen wir mal schauen, weil der 212er schafft, der 612er schafft ja auch alles auf dem Hof soweit jetzt. Momentan unser Top-Tracker, der 612er mit 145 PS. Und der 412er haben wir ja noch als Frontnader-Tracker. Wir machen das ganz gut. Ja, was gibt es sonst zu erzählen? Ja, separierte Gülle haben wir mittlerweile auch schon ein bisschen was zusammen. Sammelt sich halt alles ein bisschen an. Dann BGA läuft auch soweit gut. Kann man jetzt sich nicht beschweren. Das Fahrsilo ist natürlich noch leer bei der BGA. Aber wahrscheinlich werden wir den Gras-Schnitt vielleicht da eventuell reinfahren. Bis zur nächsten Grasernte ist er noch ein bisschen hin. Aber ich würde sagen, nicht lang schnacken. Wir gehen jetzt zum 612er hin. Und dann geht's ab zum ersten Fläche. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020